Was ist das? Ja! Bei Hombri! Wir fangen jetzt von rechtsverschließend an. Das ist Lucia. Das ist ca. ein Jahr alt. Ganz lieb, ganz verträglich. Wir müssen aufnehmen, auflichen, ein bisschen moppelig. Aber sonst, ganz, 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 fieb raus. Super lieb, jetzt haben wir drei Jahre alt. Ca. drei Jahre alt. Und sehr verträglich. Sehr lieb. Familienhund. Hier haben wir Nanno und Pepo. Nanno und Pepo. Pepo, ca. ein Jahr alt ist hier. Stimmt. Und daneben haben wir ca. drei Jahre alt. Laufen wir ein Stück? Ja, ne? Ja. Falso. Lucia, Mimo, Cepo, und Dixie. Sie wissen, dass sie nicht sterben. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dixie. Pepo. Pepo? Dixie. Dixie. Er hatte eine Wunde hier, eine schreckliche. Jetzt ist das schon geheilt. Oh, oh nein. Schöne Augen. Höhne. 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 Der Bruder ist in der Runde, ne? Ja. 25 cm. Schuhe höher. Höhne kleine Lucy. Das Baby. Baby Lucy. Baby Lucia. Baby Lucia, ja. Creo sie vielleicht und das bin. Boare Nuribumi. Bin. 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 Bin ich. Bin. Bin. Bis bin. appliances. Los periódicos, eso, las pobres hay que cogerlas. ¿Dónde están los periódicos? Y ahora, estamos otra vez con la moda de que los periódicos no... ¡Lucía! ¡Lucía, qué haces! ¿Están jugando? Hola, Lucía. Hola, Nani. Dixie, Nano. Dixie, Nano. Dixie, Nano. Dixie, Nano. Dixie, Nano. Dixie, Nano.